Regenreifen beim nächsten Job das sieht irgendwie lustig aus hinter mir ja ich hab eigentlich Pech gehabt ich wollte eigentlich gar nicht rein ich bin weggerutscht und dann dachte ich mir so oh scheiße jetzt bin ich schon so auf dem Weg in die Box dann fahr ich gleich mal rein also eigentlich wollte ich gar nicht das ist echt nass ja Dom Padre war das eng jetzt fast geknallt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's. Bring das Auto heilheit. Es sind nur noch wenige Runden. Das war's. Das war's. Du hast den verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Das war noch nicht vorbei. In der Runde kann auch was passieren. Das war's. 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 Wie sahen deine Reifen denn zum Schluss aus? Wahrscheinlich auch nicht mehr so rosig, ne? Ah, ist das... Ich meine, war in Kutz vorm Kollabieren, hey. Sensationelles Rennen! Sensationell! Was für ein Sieg! Bis dahin, ciao!